Willkommen zurück zu Let's Play Fire Warrior. Ja, wir starten jetzt die nächste Mission, direkt da, wo wir hin mussten und schnappen uns den Admiral. Kai's, Sie sind weiter in das Schiff vorgedrungen als alle anderen Feuerkrieger. Sie sind in der Nähe der Brücke. Wenn wir den imperialen Admiral gefangen nehmen, können wir einen Waffenstillstand vorhauen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Brücke zu finden und dort einzudringen. Moment, im Warhammer-Universum wird kein Waffenstillstand ausgehandelt. Jetzt klappt's wieder. Yeah. Weil irgendwie scheint mein mittlerer Maus-Button, den ich für die Granaten genommen habe, nicht mehr so ganz mitzuspielen. What the fuck? Oh, Sniper. Da. Für Munition. Nicht schlecht, aber, naja, ich bleib mal eher hier jetzt gerade. Obwohl, nee, das sieht eher nach Snap aus. Dann, dann, dann. Oh. Ja. Hehehehehe. Okay. Ähm. Ich kann gerade niemanden sehen. Warum sieht dieses Sniper irgendwie verdächtig aus wie dieses eine, äh... Wow. Position vorab. Boom. Habe ich jetzt gerade dafür gesorgt, dass er erstickt? Scheint gerade keiner, ich behalte mal besser den Sniper. Na, 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 na. Wer ist denn da? Komm, Kameras. Leider, wach dann! Au, au, au. Graben und sein! Ah! So. Eingraben wird der jetzt auch nicht zerfen. Nein, ich hab mir jetzt mal den Sniper genommen. Der Sniper scheint doch sehr effektiv zu sein. Ja, shit. Sniper. Boom. Was? Darum ist auch noch einer. Scheiße, scheiße. Ja, dann zieh dein Schwert. Das hilft bestimmt. Toll, weil der eine mich jetzt von der Seite getroffen hat, hat mich da aus dem Konzept gebracht. So. Wahrscheinlich... Ich muss zwischendurch scannen, ich dann alles nochmal mit dem Nachtsichtgerät. Ja! Er will aber wissen. Was denn, seit wann würden die Tau Verhandlungen oder Frieden vorschlagen? Waffenstillstand? Doch, einer weniger. Wir brauchen, ja, ganz offensichtlich die Karte. Die... Dieser Hauptmann vielleicht gerade verloren hat? Nein, hat er nicht. Jetzt, wo ich wieder Granaten benutzen kann, erlechtert das mir die Arbeit sehr. Soll ich verarschen? Toll. Jetzt hab ich mal... Hab ich einen Haufen Granaten weggeschossen. Nur, um weiterzukommen. Wahrscheinlich gucken gleich wieder Space Marines und Bams mich dann auseinander. Ähm... Oh. Oh, shit. Boom! Dieses Mal musste ich anscheinend nämlich mal eine Karte holen, sondern einfach aufmachen. Ja. Ja, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Feuer, Feuer, Feuer. Sniper. Warum essen Imperialer und Schenzo gerne große Stücke Käse? Erstmal so. Ein Imperialer weniger. Noch einer weniger. Sonst noch einer? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, die Tür ist abgeschlossen. Granaten. Gut, einen... Einen kann ich ausschalten. Ah, 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 ah. Achten Sie auf Ihrem Abstand. Ah, Mann. Mies. Shit, 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 shit. Ganz großklasse. Scheiß Käse. Keine, schmeckt mir so wie dieser. Ähm. Kann ich ihn vielleicht irgendwo aus einer sicheren Position... Ah, Position erst mal so ein bisschen. Ah, 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 ah. So. Stirb, 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 stirb. Jawohl. Ah. Hm. Dieser Kampf, was? Zum Beispiel, geier. Ich weiß doch jetzt nicht, warum der jetzt ein paar Mal nicht gekauft hat. Was? Ach, da oben! What the fuck? Ab durch. Ab durch. Lassen wir weiter. Hopp. Munition. Au, 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 au. Von wo? Ich hab doch das gesamte Areal gecheckt gehabt. Jetzt muss ich die Space Rains nochmal besiegen. Die Späschmarins. Sniper Money? Au. So. Ähm. Hopp. Einfach so. Grenades. Gut, dadurch, dass ich die Türen noch nicht deaktiviert habe, sind auch die Späßmarins noch nicht reingekommen. Da hier sitzt jetzt gerade keiner. Gehen wir mal her. So, und aktivieren das. Naja, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich den wirklich getroffen habe. Mist, Mist, Mist. Das ist sehr nett, dass ich stillgehalten habe, bis ich mein gesamtes Magazin in den reinhalten konnte. Zack, 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 zack. Ich hab nur noch keine Ahnung, ob ich dauernd das ist. Ja, an der Stelle will ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke dir alles fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Episode. Bis dann. Tschau.